So, ich habe hier die E-Funktion, das ist das Ding, und ich weiß, die Ableitung ist wieder die E-Funktion. Und hier habe ich die Ellen-Funktion und suche die Ableitung. Darum geht es, ganze Schmierei wieder wegmachen und weiterarbeiten. Gut, ich schaue mir zwei Punkte an, und ich weiß, die sind zueinander symmetrisch, weil das ja hier Umkehrfunktionen sind. Das heißt, ich habe hier den Punkt A, B, und dann habe ich da den Punkt B, A. Und die Ableitung hat was mit der Steigung zu tun, also hier so eine Tangente reinliegen. Und diese Steigungen, die hängen geometrisch zusammen. Also wenn ich da jetzt jeweils ein Dreieck hinein male, und dann hat dieses Dreieck ungefähr drei Viertel vom Verhältnis, dann ist dieses Dreieck vier Drittel. Und, weil es alles symmetrisch ist, konkurrente Dreiecke. Gut, jetzt kann ich also sagen, dass ich, also jetzt will ich diese Ableitung kriegen, indem ich mich, ja, auf die andere Ableitung beziehe. Und zwar, ich bin ja hier XY XY. Das heißt, ich kriege, also mein Ziel ist, G' von A zu bekommen, indem ich, ja, mein F' von B anschaue. Und dann stelle ich fest, es ist ja nicht F' von B, sondern 1 durch F' von B. Also, G' von A gleich 1 durch F' von B. Ja, weil aus drei Viertel wird vier Drittel. Jetzt aufräumen und das nochmal genauer machen. Den Teil finde ich jetzt so ganz gut. Und, okay, los geht's. Also, ich habe, ja, F' von B. F' von B ist E hoch B. Gut, dann G' von A. G' von A gleich 1 durch E hoch B. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, ja. Also, ich hatte hier AB und hier BA und das ist XY und das ist XY. Und jetzt weiß ich aber, so, ich kann, ich bin ja hier beim Logarithmus, ja. Also, ich weiß jetzt B gleich LNA. Also, Y ist B und X ist A und das hängt zusammen. Und das kann ich da für B einsetzen. Also, dann weiß ich G' von A gleich 1 durch E hoch LNA. Und als nächstes weiß ich, dass E und LN sich gegenseitig aufheben. Das ist wie so Wurzel aus X². Das ist wie der X für X größer 0. Den wegmachen. Also, 17², dann die Wurzel draus, habe ich wieder 17. Ja, E hoch LN, 25 ist E, ist einfach 25. Und mit dem Wissen kann ich jetzt sagen, das ist dann 1 durch A. Ja, und das war schon die Erkenntnis. Also, die, ich schreibe das jetzt mal, ich mache mir hier ein bisschen Platz und schreibe es nicht mehr mit E und A hin, sondern mit X, so wie es sich gehört. So, also, G, hier, G von X gleich LNX, dann ist G' von X gleich 1 durch X und Kastenrundung. Ja, und das war schon bekannt. Und wir hatten es über Symmetrieüberlegungen gemacht. Genau.